hallo und herzlich willkommen heute tag 3 hier in der sächsischen schweiz und zwar wollen wir heute mal hier zu den quill und vielleicht auf dem rückweg noch ein bisschen fachenstein uns angucken und wenn ihr wieder lust und laune habt uns zu begleiten dann viel spaß mit diesem video da geht es jetzt wieder mal richtig schön steig runter das macht schon mal richtig spaß so wir sind jetzt hier gleich am quill die diemshöhle ist übrigens auch bestandteil von quill die wollte ich mir schon lange mal angucken mal sehen wie interessant die ist ich nehme dann mal ein bad finde ich sehr eingenehm hier draußen im wald so so das ist wirklich ein schöner kleiner pfadweg hier immer jetzt hier nehmen immer so oberhalb auf der felskante lang so 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 ganz schön schwarzes teil hier ganz schön schwarzes teil hier könnte denken das ist ein kohlebunker hier ganz schön wenig reflektion hat diese hölle hier aber hier kannst du noch wasser tanken so 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 naja was besonderes ist nicht nur ein keller für diebe so 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 Momentan ein richtig genialer Weg hier. Ist natürlich jetzt kein offizieller Wanderweg mehr. Ich sage es gleich vorher. Es ist nur noch so ein Nebenweg hier. Aber einfach genial hier lang zu gehen. Wir haben uns dann entschlossen jetzt den Pfaffenstein nicht zu machen. Den Quirl haben wir jetzt hinter uns gebracht. War ein schönes Teil. Schöne Wege da oben. Hatte ich eigentlich auch erwartet. Es sah zumindest schon mal vorab auf der Karte so aus. Also ich kann das auch echt empfehlen. Aber auch in Verbindung mit den Pfaffensteinen kann man das gut machen. So, dann mache ich das Ganze jetzt ziemlich kurz. Dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020